Hallo und herzlich willkommen hier bei N.A. Tennis in Sertogenbosch bei den Ordina Open. Neben mir einmal Christina Barois. Hallo und schön, dass du da bist, Christina. Ja, hallo zusammen. Und auf meiner rechten Seite ist der Rainer Schüttler. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Rainer. Servus. Die freuen sich schon beide sehr auf das berühmte Quiz 60 Seconds to Fame. Und jetzt brauche ich gerade mal den Schläger von meiner Producerin, damit wir mit der Wahl beginnen können, die sehr wichtig ist hier in diesem Quiz. Wer darf anfangen? Ich nehme mal die Frau. Christina, wer oder M? M. Oh, das sehe ich nicht so gut. Nicht so gut. Jawohl, ich fang an. Es ist M. Ich fang an. Barois to decide. Barois to serve? I'm serving. Okay, Rainer, für dich heißt das, du ziehst diese Kopfhörer hier an. Sehr gut. Warte kurz. Producerin, die Zeit. Anziehen. Na, schön laut drehen. Rainer, hörst du mich noch? Rainer, verstehst du kein Wort? Super, okay. Der Riechenschwein, der macht die Musik jetzt leid. Oh, oh, oh. Christina, es geht los. Läuft die Zeit? 2, 1, los. In welcher Stadt finden die Australien Open statt? Melbourne. Korrekt. Wie viele Spieler sind im Hauptfeld eines Grand Slams? 128. Ja. Aus welchem Land ist Stanislav Wafrinka? Schweiz. Welche Frau hat 2009 die French Open gewonnen? Kurze, aber. Nenne zwei verschiedene Vorangriffe. Western und... Oh Gott. Normal halt. Na, das ist kein Griff. Schleiß. Lass mal gelten. Wie viele Matchs hat Rafa Nadal zwischen 2005 und 2007 auf Sand in Folge gewonnen? 31. 81. Wer ist in der Weltrangliste der beste Franzose? Zonga. Wie nennt man den Tiebreak, der bis 10 Punkte gespielt wird? Match-Tiebreak. Philippe Chatrier und Roland Garros ist das größte Stadion der Welt, richtig? Nein. Die Ohrringe von Maria Scharapower werden gesponsert von? Cartier. Wie heißen die Williams-Svester mit Vornamen? Venus und Serena. Nenne drei australische Spieler. Äh, Hewitt. Äh, oh, hier ist Hewitt. Wie heißen der Lange? Keine Ahnung, fettend ein. Stopp, Schuhe! Stopp. Welche Fragen, gleiche Zeit. Oh, ob er schon was gesehen hat. Er wirkt ein bisschen angespannt hier. Zieh mir raus. Okay. Producerin, Zeit? In welcher Stadt werden die Australian Open gespielt? Melbourne. Korrekt. Wie viele Spieler sind im Hauptfeld eines Grand Slams? 128. Korrekt. Aus welchem Land ist Stanislav Afrika? Schweiz. Richtig. Welche Frau hat 2009 die French Open gewonnen? Äh, kurz Netzwerber. Nenne zwei verschiedene Vorangriffe. Western und äh, pfff. Western, Western, Western und keine Ahnung. Äh, falsch. Wie viele Matches hat Rafa Nadal zwischen 2005 und 2007 in Folge aufs Hand gewonnen? Keine Ahnung. 81. Wer ist in der Weltrangliste der beste Franzose? Simon mit sieben, würde ich sagen. Richtig. Wie nennen wir einen Tybik, der bis zehn gespielt wird? Champions Tybik. Philipp Chartres ist das größte Stadion der Welt, richtig? Ne. Richtig. Die Ohrringe von Maria Scharapau werden gesponsert von? Die Uhr von Omega. Die Ohrringe von Tiffany's. Wie heißen die Williams-Western mit Vornamen? Serena und Venus. Nenne drei australische Spieler. Oh. Hast du mitgezählt, Christina? Ne, aber er hatte das, äh, eins war falsch, was ich richtig hatte, glaube ich. Okay. Ah, stopp, stopp, stopp. Wir gehen mal, wir gehen mal die Antworten durch. Alter, haben sie mir, glaube ich, einen gut gegeben, wo ich nicht sicher bin. Ich habe Western und Slice gesagt, aber Slice ist ja kein Griff. Ohrengriff. Gibt es einen Slice vorne? Ja, vorne, naja, gibt es aber, ja, Western ist ja so, oder? Und Slice wäre dann so? Ne, Slicegriff. Drive auch nicht. Aber Drivegriff ist, ne, Drive, naja, ne. Jetzt ist ja gut, ihr beiden hier, ihr könnt nachher noch weiter diskutieren. Ist dir aber leider nicht eingefallen. So, und deswegen gehen wir mal die Antworten schnell durch, ja? Australian Open Melbourne hat ihr beide richtig, 1-1. Wie viele Spieler sind wir im Hauptfeld auch? 128, 2-2. Wafrinka aus Oster Schweiz, 3-3. French Open Kuznetsova, 4-4. Zwei Vorangriffe. Da ist der Frau Barroa, Gott sei Dank, noch der Slicegriff eingefallen. 5-4 Barroa. Zählen wir es oder erzählen wir es nicht? Ich frage mal die Regie. Die Regie meint, wir zählen es nicht. Ich hätte es gezählt. Okay, 4-4. Gut. Nadal, 81, hat keiner gewusst. Bester Franzose. Oh, Barroa, Zonga, Schüttler, Simon. 5-4 Schüttler. Geht mit dem Break in Führung. Tidebreak bis 10, richtig, Champions Tidebreak. 6-5. Chartier, nicht das größte Stadion, US Open größer. 7-6. Ohrringe von Sharapova, keiner gewusst. Und die Williams-Festern, beide beantwortet. 7-6 im Tiebreak. Rainer Schüttler ist unser heutiger Gewinner. Rainer, deine Dankesrede. Ja, das war so schön. Und was kriege ich jetzt für einen Preis? Du bist jetzt bei allen Tennis-Fans in Deutschland als intellektuellste Spieler angesehen. Das ist ja der Petsche schon. Das kann ja gar nicht mehr werden. Christina, für dich bedeutet es natürlich eine herbe Schlappe hier. Wie wirst du damit umgehen? Ich hoffe, dass ich bis morgen zu meinem Match wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann und die Niederlage heute hier verkraften werde. Das ist schwer. Hoffen wir auch. Also wünsche euch alles Gute. Ciao, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich lade dich zum Kaffee ein, dass du mich hier in Deutschland hast.